Herzlich Willkommen bei Sweet Life Sunshine. In diesem Video zeige ich euch ein ganz tolles Waffelrezept. Denn Waffeln gehören zum vielseitigsten Gebäck, das man sich ja vorstellen kann. Der Teig ist schnell und einfach gerührt und lässt sich in nahezu unbegrenzter Vielfalt variieren und kombinieren. Von der süßen, heißen Waffel, die einfach mit reichlich Puderzucker bestäubt aus der Hand gegessen wird, bis hin zu raffinierten Waffeltorten mit Beerenfüllung. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Für den Teig benötigt ihr 250 Gramm Mehl, 125 Gramm Zucker, 125 Gramm Butter, 250 Milliliter Milch, drei Eier, eine Prise Salz, ein Teelöffel Backpulver und ein Päckchen Vanillezucker. Die Eier, den Zucker, den Vanillezucker und das Salz mit einem Handrührgerät auf höchster Stufe verrühren. Anschließend Butter hinzufügen und kurz unterrühren. Backpulver, Mehl und Milch gemeinsam hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verrühren. Anschließend die Waffeln in einem vorgeheizten und gut gefetteten Waffeleisen backen. Das vollständige Rezept sowie eine Anleitung findet ihr wie gewohnt unter www.sweetlifesunshine.de Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und genießen.